Wer hoch hinaus will, der braucht ein stabiles Fundament. Deka Immobilienfonds bieten beides. Attraktive Renditeaussichten sowie Stabilität. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sich immer mehr Anleger für Deka Immobilienfonds entscheiden. Metropolen sind Geburtsstätten des Fortschritts. Denn hier mischen sich vielfältige Einflüsse, die neue Ideen entstehen lassen. Mit Deka Immobilienfonds beteiligen sie sich an dieser Entwicklung in den spannendsten Metropolen der Welt. Vor Ort finden unsere Experten für sie die erfolgversprechendsten Objekte. Wir setzen dabei stets auf absolut zentrale Toplagen, denn diese sind besonders zukunftssicher. Ein weiteres Plus? Die Vielfalt der Gebäudetypen. Von zukunftsfähigen Büroimmobilien über gefragte Shoppingcenter und herausragende Hotels bis hin zu automatisierten Logistikzentren. Was sie jedoch alle gemeinsam haben? Beste Aussichten für ihr Geld. Hohe Vermietungsquoten unserer Objekte sorgen für konstante Erträge. Damit das auch in Zukunft so bleibt, setzen wir verstärkt auf nachhaltige, innovative Gebäude. Setzen auch sie auf die einzigartige Kombination von Rendite, Stabilität und Nachhaltigkeit. Der Einstieg ist ganz einfach. Bereits ab 25 Euro im Monat. Seit über 50 Jahren sind unsere Experten weltweit erfolgreich. Und dabei vielfach ausgezeichnet. Qualität, die sich auszahlt. Entdecken Sie Deka Immobilienfonds. Jetzt in Ihrer Sparkasse. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.